Hallo ihr Lieben da draußen, hier sind wir wieder, die Andrea und ich. Wir schauen schon in den Startlöchern für unseren Vortrag zum Thema Anleitung zum Erfolgreich sein, der nächsten Freitag am 20. Jänner stattfindet. Unser heutiges Thema bezieht sich auf die Unzufriedenheit und auf die Ungeduld. Vielleicht kennst du das aus deinem Leben, dass es manchmal nicht schnell genug geht und man ist unzufrieden mit der jetzigen Situation. Andrea, welchen Tipp hast du da? Sag einfach einmal Stopp, dann schau zurück, was du bisher schon getan hast. Du warst da bestimmt schon erfolgreich. Und dann sei einfach dankbar dafür. Und in dieser Dankbarkeit mach dann die nächsten Schritte. Du wirst sehen, es geht dann viel einfacher und es kommt wieder ins Fließen. In diesem Sinne wünschen wir dir eine dankbare Woche und wir hoffen, dass wir dich bei unserem Vortrag begrüßen dürfen. Tschüss!